Scheiße, Mann. Das war zu knapp. Das war... Hm, okay. Ähm, laden wir kurz nach. Komm, lad schneller nach, Junge! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schön. Weiter geht's. Sehr schön. Weiter geht's. Sehr schön. Weiter geht's. Ich habe keine Munition mehr. Nein. Renn doch. Renn doch, Junge. Sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dance, dance. Schade. Weiter geht's. Weiter geht's. Draufhalte, draufhalte. Und das war's. Und da muss noch einer irgendwo sein. Zwei. So, der eine ist weg. Der andere... Bringt gleich in den Tod, wahrscheinlich. Kann ich hier nicht schubsen? Nee, geht nicht, oder? Megatritt. Nee, schade. Schade, Schokolade. Wäre aber nicht schlecht. So, dann nehmen wir mal mit, die ganze Muni. Ja, was haben wir jetzt, oder? Ja, wir haben ja nicht gleich. So, gibt's hier irgendwas zum Einsammeln? Safe gibt's hier irgendwas zum Einsammeln. So, wie das hier alles aussieht, ist es hier safer zum Einsammeln. Safe bestimmt. So, schauen wir mal. Da ist ein Kabel. Okay. Ah, das war jetzt hier Schütz benutzen. Hätte man hier mit Stealth reinkommen können und danach kurz... ...papapapa. Papapa. Ihr macht. Sehr schön. So. Wir nehmen mal die Waffe mit. Wir nehmen jetzt mal die Waffe mit. Und müssen ja auf eine erhöhte Position... ...auf die Matatzen. Genau. So, dann schmeißen wir mal kurz das gute Stück hier mal weg. ...und schauen wir uns mal die taktischen Optionen mal annehmen. Nachschub. Kante greifen. Okay. Ansonsten haben wir hier zig Feinde wahrscheinlich wieder. So, das nehmen wir auch mit. So, ein paar Granaten, ein bisschen Muni. Das braucht jetzt nichts. Oh. Erkraut-Trust. Die Straße ist frei. Wir müssen los. Sieh einen Weg hier runter. Schnell. Oh. Sehr gut. Haben wir auch überstanden. Ja, wo bist du jetzt? Junge, 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 Junge. Was kommt die alle jetzt auf einmal nach? Was machen Sie da oben? Sie müssen hierher zurückkommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nehmen, nehmen, nehmen. Das kann ich da oben nehmen. Muss man gleich hin. So, springen wir mal hier hoch. Und auch hier hoch. Ne, 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 oh oh, was war das gemacht? So. Fall 2. So, der Bro, der will. Der will und der schreit April. so kante greifen okay da könnte man irgendwie hoch aber wir müssen jetzt erst mal den einfach drauf halten einfach drauf halten ja mache ich gleich schild doch da meine güte ich bekomme ein bisschen zu hart ein ins gesicht rechts rechts doch so wie sieht es hier aus ich weiß nicht wo habe ich den geschmissen die andere sagt auf sammeln den spaß hier auch auf sammeln da springt er mir wirklich einfach vor vor mein gesicht bringt einfach raus taktische optionen so da oben haben wir jetzt ein paar weggenommen ja versuchen was machen sie da oben wir müssen hierher zurückkommen sehr schön wird immer auch mal geklärt jetzt kommt er wieder ich bin leer ich drehe durch eben die ist doch so locker flockig und jetzt auf einmal komme ich nicht mal einen halben meter weit egal die voll aufladen und einmal die dort weg was mache ich wohl hier oben überlegt mal einfach ganz kurz mit einem über intellektuellen gehirn mal nach was ist denn da was ist denn da Alter, Junge, der ist mir ja ganz knallhart entgegengesprungen. So, der nächste. Ich habe halt nicht so viel Muni mehr, das ist halt so blöd. So, komme ich da hoch irgendwie? Jawohl. Weil hier waren natürlich viele Anokatalisator rum. So. Muni brauche ich keine mehr. Boah, das war's move. Das war richtig smooth. Smoothie. So, wie viel habe ich da noch, Muni? Den anderen Klopsi halt da oben. Nase juckt. Jetzt machen wir weiter. Tak. Tak, 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 tak. So. Ist ja hinten. Dahinten ist... Ja, irgendwas. Buggy. So, da oben war ja noch jetzt noch ein Klops. Ja, da oben ist er. Da oben ist er. Ey, ich will jetzt bitte nicht verrecken. Deshalb sei mal nicht so hart. So, und jetzt... Ich laufe sehr schnell weg. Ich bin sehr schnell unterwegs. So. Und jetzt... Wo bist du? Mhm, 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 mhm. Das ist ganz schnell. Aha, okay. So was haben wir hier. Okay, dann nehmen wir das auch mal mit. Nehmen wir das hier mal mit. Oh, okay. Jetzt nehmen wir das auch mal mit. Nein, 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 nein. Nehmen Sie bitte auch, doch. Alter, alter, alter. Wie hart willst du sterben? Ja. So, chill. 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 Ja, Panzerung auf Max. Ach, der ist jetzt hier runtergesprungen. Alter, wie krass ist der? Oh, endlich. Er ist mal auf den Drop gesprungen. Sehr schön, sehr schön. So. Wo geht's jetzt weiter hin? Vermutlich wird mir gerade angeboten, darüber zu springen, aber... Alter Junge, ich will jetzt nicht hier in den Tod springen. So, du schauen. Okay. Ach, du heilige. Franklin, Alcatraz. Was zum Teufel war das gerade? Wir empfangen massive seismischer Aktivität mit Vector 7. Sir, Sie werden es nicht glauben. Der gesamte Park hat sich gerade aus dem Boden erhoben. Wir müssen sofort ausgeflogen werden und brauchen bewaffnete Luftunterstützung. So viel Sie entfernen können, Sir. Verstanden, Mr. Ricklin. Ich tue, was ich kann. Gott schütze Sie. Krass, krass. Hören Sie, Alcatraz. Ihr Lufttransport ist unterwegs. Sechs Helikopter von Cell. Mehr haben wir nicht. Und wir haben alle keine Zeit mehr. Wenn es nicht gelingt, die Lage erfolgreich zu meistern, wird Stratcom auf Befehl des Pentagons einen taktisch-Nuklearschlag auf Manhattan durchführen. Und zwar in 20 Minuten. Was immer Sie vorhaben, Sie sollten sich beeilen. Also gut, Männer. Also gut, Männer. Ich würde sagen, das reicht mal für heute. Ja, das reicht mal für heute. Nicht zu viel Schwätze. So, das reicht für heute. Ein bisschen gestreamt haben wir jetzt heute. Auch ein bisschen Stoff dann für später. Also dann mal für, ja. Also, ja. Videomaterial haben wir jetzt noch genug. Falls was, ihr könnt alles nochmal online. Äh, online sage ich ja. Online stimmt, ja. Auf YouTube nochmal nachschauen. Ich werde versuchen, so schnell es geht, alle Videos von Crysis 1 auf und Crysis 2 mal zu schneiden. Auf, ich glaube, 15 Minuten muss man die getrimmt haben oder sowas. So, Pi mal Daumen. Und dann halt, ja, auf, ähm, ja, auf YouTube dann hochladen. Genau. Also auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.